willkommen zu diesem video und zwar ein kleines intro ich habe mir überlegt ich male etwas anderes als ja menschen und gesichter in diesem fall einen baum und eine ja ein bisschen fantasy landschaft würde ich das jetzt mal nennen einfach mal etwas anderes auszuprobieren habe ich auch schon ein paar mal gemacht aber ich möchte jetzt noch ein bisschen dahin kommen dass ich das ein bisschen strukturierter aufbaue und zwar meine ich damit gewisse dinge wie momentan auch die baumkronen oder gleich auch das gras sind so ein bisschen wischi waschi ineinander gepinselt ein bisschen unstrukturiert und ja wie gesagt verwaschen ohne so klare formen das gefällt mir eigentlich nicht so gut das werde ich dann versuchen demnächst noch ein bisschen herauszuarbeiten dass das besser wird und zwar dass ich jetzt eben nicht nur diese strukturierten pinsel hier nehme die so eine ja textur geben sondern tatsächlich auch die form etwas mehr selbst male da male ich lieber weniger details also weniger kleine blätter die man überall sieht dafür hat dann das ganze eine klare struktur ja genau und was das gleich wird wahrscheinlich so eine kleine insel paar steine muss auch ein bisschen mit herum experimentieren weil es ein bisschen so frei hand und nach ein paar referenz bildern die ich mir so daneben gelegt habe die aber eben alles unterschiedliche sachen gezeigt haben das jetzt nicht wirklich ein klares vorbild hatte und deswegen habe ich hier gerade auch einen flachen stein auf dem boden ein bisschen herum experimentiert sieht hinterher ganz okay aus wie gesagt da werde ich noch mal demnächst ein bisschen daran arbeiten macht eben immer spaß ein bisschen was ausprobieren okay dann lasse ich jetzt wieder das mal ausklingen es ist wie ihr vielleicht schon wisst so eine kleine fliegende insel geworden und in dem bereich werde ich glaube ich demnächst noch mehr malen alles klar viel spaß bis dahin falls ihr mal wieder einschalten wollt vielleicht gibt es ja noch ein paar videos okay so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020